Moin Moin und willkommen zurück zur weiteren Folge LostinRandom. Wir waren jetzt gerade eben beim Alchemisten und der hat uns unsere Karte mit Magie gefüllt. Jetzt überlege ich gerade, ob er nicht von uns mehr gekommen ist. Das ist ja Quatsch, den Weg hier zurück zu laufen. Genau, und jetzt müssen wir halt den Regelmeister finden. Der halt diese Karte mit Regeln befüllt, ne? So soll es ja sein. Die muss dann nach irgendwelchen Spielregeln arbeiten. Gucken wir, ob wir die finden. Weg des Regelmeisters, Ebene 5. Ich frage, ob es hier runter geht. Oder da links geht. Hier hatten wir Bernie gefunden. Jetzt muss er dann hier links gehen. Der Pfeil zeigt ja auch da runter. Also gehen wir mal links. So, hier sieht es schon wieder nach Kampf aus, aber Du weißt es nicht mehr. Okay, sind wir schon klar. Schon wieder der Schatten einer Königin. Oder der Schatten eines Königs. Er hat sich selbst erinnern, wie er alles gut war. Er hat sich die Kampf zu verlieren, sofort zu verlieren. Ah, von ihm kann man nicht durchbieten. Das war das. Ich höre dich, Dara. Ich werde es durchbieten. So. Gut. warte das ist kein gelbhaum muss echt aufpassen den kann man wirklich nur mit nein, mach ich natürlich nicht die fällt sich auf jetzt treffe ich die da oben nicht ich brauche ein paar mehr wir brauchen ein bisschen besseres hier das ist schon mal gut ok ok ist jetzt brauchen wir ein bisschen Leben gleich Gift, wenn wir die Königin auch mal wissen und du gehst jetzt weg hier da wirf nochmal kurz den Würfel und wir brauchen ein bisschen Leben warte mal warte mal den Fall noch mit und das den wir gleich haben du gehst und wir brauchen das b warte mal warte mal warte mal Und wir nehmen mal den Hammer. Der Hammer ist cool. Das können wir jetzt nicht nehmen, leider. Können wir hier hin tun und jetzt pass auf. Okay, dann bin ich schon dumm. Okay, jetzt wird es eng hier. Okay. Ja, jetzt nicht. Okay. Okay, jetzt nicht. Okay. 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 Oh! Jetzt haben wir ein bisschen Zeit hier, ne? War noch? Der Hammer ist cooler, ne? Eigentlich ist der Hammer besser. Mist, hätte ich mal alles machen sollen. So, passt mal auf hier. Schön! Schön! So. So. So wie dürfte es noch einmal hier sein, oder? Ich muss doch noch ein Gegner sein hier. Da! So. 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 auch jetzt da misst alter okay jetzt weiter ich dachte dann schneller okay oh du kannst mich weiter hinten treffen mal was cooles bekommen ja den haben wir auch raus getränke wollen leben haben die vierer lanze und das denn so und und ich habe mir die sachen zu holen und die richtung ich bin auch nicht jetzt aber das war es auch trotzdem ist was wir leben jetzt wieder rein schon umsonst aber egal dann kriegen sie auf die kohle gerade hallo ich bin eben ich bin wohl geht es gibt die augen des tollen die augen des tollen nein im sammeln mit der karte aber ich habe einfach zu viel zu tun, um dir zu helfen. Äh, vielleicht kann ich dir helfen. Haha! Hilf mir? Niemand kann mir helfen. Die Queen sagt, dass alles, was ich für sie mache, wird von mir persönlich getan. Keine Sub-Kontrakte zu ermöglichen. Schau an das. Neue Pläne für ihre gewünschte Arenas. Das ist natürlich ASAP. Neue Mechaniken für die Beine, die letzte Woche veröffentlicht wurde. Fünf! Fünf! Neue Robots mit complimentary Battle-Bot attack structures?! Und du sagst die Queen, oder ihre Blödie Nanny, oder sogar die Teufel-Kontrakte, dass sie für die IMPOSSIBLE haben. Ha! Ich bin ein ancient mystisch, trainiert in die Art von Crazy Rules mehr als jemand anderes in all der Geschichte, aber sogar ich bin nicht ein Gott. Ich kann doch nicht das Wort. Aber sie interessiert? Da? Sag mir, sie... Ich vermute nicht. Correct! Sie ist nicht! Schau, dein Konto ist hier irgendwo gekommen. Und ich werde es, wenn ich kann. der Visionär sagte, sie würden mir helfen. Oh! Du hast ihn auch gesehen? Wie ist das Blödie Cosmik-Potato? Wie ist das Blödie Cosmik-Potato? Wie ist das Blödie Cosmik-Potato? Wir schauen uns deine Karte. Oh! Perfekt! 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 Können sie mir die einfach geben? Ha! Du wirst in Minuten sterben. Du brauchst die fünf von uns Karte-Makers da mit der Karte, wenn du keine Chance für Erfolg willst. Da oben. Ich und die anderen Karte-Makers werden die Karte mit all unserer kreativen Sparke aber die Ceremonie kann nicht unterdrückt werden. Es ist meine Traumkarte. Können Sie sie extrem mächtig machen? Ethan, nur mit uns am Topf der Schmuckstack. Die Karte wird da sein. Wahrscheinlich, dass das funktioniert, hast du größere Dinge, wirklich schnell zu beschäftigen. Okay. Ja. Nein. Ja. Da. Ich meine. Ich glaube, es könnte funktionieren. Okay. Gut. Wir müssen jetzt zum höchsten Punkt. Da stand doch auch was von Frau und Stein. Schauen wir uns das gleich nochmal an. Ob wir hinten noch etwas, das sich einbeleiben kann. Oh, manny Dex natürlich. Was ist noch da irgendwas? Oh, ich habe Karte, um Karte. Ja, du hast Karte, um Karte. Mach mir deine Karte. Wir haben auch so viel Kohle eigentlich. Können wir ein paar mitnehmen hier nochmal. Hm. Ja. Ja. Ich habe Karte, um Karte. Ups. Das war zu viel. Na ja, egal. Wir haben auch glaube ich schon alle Karten. So. Gut. Das ist auch der Geist. Aber genau hier machen wir Schluss und schauen uns das beim nächsten Mal an. Was uns auf dem Schornstein so erwartet. Ähm. Ich bin gespannt. Wird wahrscheinlich ein harter Kampf werden da oben. Aber auch den wir wegknacken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Ich bin gespannt. Ich habe einen kleinen, 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 kleinen wie auch, mit Hörnern zu sehen. Ja, ich bin gespannt.